Hallo und herzlich willkommen zurück hier mit Ratchet & Clank Rift Apart. Ja aktuell leider nur Ratchet, wir haben Clank verloren im letzten Teil oder auch im ersten Teil und ja jetzt sind wir hier in dieser neuen Stadt und müssen uns jetzt hier erstmal zurechtfinden. Nach wie vor ich bin echt geflasht wie cool dieses Game aussieht. Ich hoffe das kommt einigermaßen rüber im Video. Ich wollte mir jetzt mal ein bisschen die Inventargeschichte anschauen. Wir haben jetzt anscheinend eine Karte die uns auch verrät was uns so an Collectibles hier noch so erwartet und vor allem wo unsere Aufträge sind. Hier der Hauptauftrag und der Optionale wie es aussieht. Durchsuche die Fabrik. Es scheint drei Rüstungsparts zu geben wenn ich das hier richtig verstehe. Sammelobjekte. Die Goldballs die kennt man wenn man Ratchet & Clank kennt und anscheinend gibt es hier noch diese Kollegen hier. Spionbots und Lobs. Was auch immer das dann ist. Okay. Waffen. Wir haben die Blasterpistole, Schmetterbombe und den Vollstrecke. Das ist sehr schön. Apparate, den Handschuh und verschiedene Stiefel für verschiedene Situationen. Verschiedenes Schuhwerk. Das ist sehr schön. Und dann noch unsere Galerie mit den Charakteren die wir bis jetzt kennengelernt haben. Das sieht alles ganz gut aus würde ich sagen. Und dann würde ich behaupten gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ich guck jetzt mal nur kurz auf die Karte. Sieht so aus, als müssten wir hier lang. Wir suchen Clank. Immer schön die Kisten zerstören. Achso, jetzt können wir hier gleiten. Weil Clank nicht mehr sein Helikopter einsetzen kann. So, jetzt ist hier ein Aufzug, wenn ich das richtig gesehen habe. Lächeln für die Kamera. Ja, das rate ich dir jetzt auch. Okay, wir drehen, wir drehen. Auf dem Bazar. Okay. Vielleicht ist der auf dem Bazar. Äh, ne, hier ist nix. Dann muss man hier runter, wenn ich behaupte. Hinabgleiten. Los geht's. Bazar. Okay. Uh, mit Socon. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Kling. Oh, entschuldige Herzchen. Miss Zorkon ist noch eine Anfängerin in Sachen Spionage. Ich... Halt mal. Das ist doch... Das Clank. Hinterher. Weg ist er. Clop Nefarius. Clop Nefarius. Okay. Oh, der Schmeichler. Das ist ja so aufregend. Der Smooth Talker hier. Kann ich hier auch direkt was kaufen? Du möchtest jeden Kampf zu einer Party machen? Auf jeden Fall. Oh, man kann was beschwören. Das ist wie Mr. Socon. Mr. Partypilz. Der Partypilz sieht aber gar nicht so Party aus. Okay, nice. Den will ich auf jeden Fall. Der perfekten Zeitpunkt bietet, um bei der Party einzusteigen. Okay. Let's go. Okay. Weiter. Kaufen. 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 Haben wir das? Ja. Yes. Und Munition reicht auch noch. Uhuh. Gerade so. Okay. Ja, ich danke. Okay. Ähm... Moment. Wie ging Waffe auswählen? So, ne? Ah, es gibt auch... Es gibt auch Schnellauswahl. Okay. Hier hört sich schon ganz schön nach Disco an hier. Oh ja, ich spüre es auch im Controller. Uhuhuhu. Okay, Moment mal. Aber ich glaube... Ich will mal ganz kurz mal noch gucken, ob ich diesen... Optionalen Dinger noch mache vielleicht. Warte mal, hier gab es doch irgendwo... Ist das hier oben? Ja. 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 Raritarium. Perfekt. Uh. Das explodiert. Äh... So. Dankeschön. So. Wo müssen wir denn da hin? Ist das hier? Da ist auch noch Raritarium. Danke. Okay. So, da kann ich doch hoch mit meinen Schuhen. Ja. Perfekt. Widerstandsspion-Bot. Okay. Widerstandsspion-Bot. Alles klar. Den holen wir uns, würde ich sagen. Ja. Das ist der richtige Weg. Perfekt. Perfekt. Servus. Ist hier der Widerstandsspot? Oh, ne. Da ist der Kollege hier. Äh, jetzt warte mal. Erstmal hier den... Den Pilz beschwören. Wenn der Lator nicht anheuert will. Ja, genau. Nice. Guckt mal. Der macht die alleine fertig. Ist ja der Hammer. Boom. Okay. So. Auf der Laderampe der Fabrik. Da gehen wir hin. Ich sollte lieber schnell zur Laderampe. Ja, wir sind auf dem Weg. Äh, okay. Dann hier rein. Wir müssen heute Nacht noch eine Million im Baradonefarius Gedenkstatt mehr unterschicken. Und die fehlende Rarika. Das sieht nach Fabrik aus. Nefarius Fabrik. Okay. Ist da ein Lawndax in der Fabrik? Ja, hallo. Ich bin Ratchet. Wie geht's dir? Nein. Okay. Ich glaube, ich muss da rüber. Geh mal hier drauf. Dann hier drauf. Es ist echt deutlich mehr Platforming wieder hier in dem Game. Nein. Ich kenne es nice. Oh, oh nein. Nein. Nein, nein, nein. Alles gut. Alles gut. Ich mach gar nichts. So. Das sieht gut aus. Macht die fertig, Mr. Partypills. Boah, der macht die echt fertig. Ich muss gar nichts machen. Dieser Spionbot muss Geheimnisse der Omega-Stufe oder sowas machen. Mr. Partypills, du bist gut drauf. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Meine Lampe Lampe muss da vorn sein. Da vorn. Was heißt denn da vorn? Da ist keine Kohle drin. Uh, Raritarium. Hepp. Dankeschön. Ah, ich häng. Wie komme ich jetzt hier hoch? Wisst ihr, wie ich hochkomme? Hier hoch? Nee. Hier gibt's Kisten. Hier hoch. Ja. Das könnte hinhauen. Wenn man's einigermaßen... Ja. Perfekt. Und nun. Okay. Äh, hier hoch. Hier hoch. Hm. Bis jetzt. Okay, dann probier ich das auch gar nicht. Dann geh mal hier hoch. Hm. Dann drüber. Einmal. Zweimal. Hallo. Boom. Noch Fragen? So. Wo ist der Spionroboter? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, hier fahren die... Oh, da drüben ist schon was. Oh, alter. Mein Blatt. Ja. Also Partyfilz ist meine Lieblingswaffe. Das war schon... Mr. Sokon war schon echt überpowert in dem 2016er. Der macht alles selber. So. Sag. Bam. Au. Au, 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 au. Boom. Boom. Machen wir hier mal. party party keine politik mehr oder sind ganz schön viele jetzt halt ich brauche unten ja okay der war richtig auch partypilz hat keine munition mehr ich brauche munition blaster wie sie sie das war ja wir haben es geschafft sagt man es war so okay so geht es weiter da ist der spiel bord hallo zerstörungs pläne trophäe es sollte uns so sein würde ich sagen bis zu kommen ist begeistert okay dann sind wir wieder da und wir haben die hälfte liegen lassen offensichtlich okay na gut dann ist der mutter ich kaufe munition und weiter geht's ja ich dich auch süße okay dann würde ich sagen geht's hier lang kann ich rein okay ich bin doch gar nicht richtig angezogen für den club darf ich mal durch jungs danke hallo wer hat denn das gesagt mann mann ist hier irgendwo ein phantom niederstands alarm niederstands alarm suchen die mich oder das phantom ist jetzt die frage die erste mission seit langem und die tarn aufwind auf anscheinend ihn anscheinend ihn oh skid mc 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 wilde Ils wir sind keine eine ber das wu saufels kanto erste Ja, lauter Bowls für uns hier, alles sammeln. Dann wohl hier hoch, ha? Ja, da ist er. Ich hab ich! Nein. Ach, come on. Der Widerstand wird auf dem Klo. Oh. Bäm. Oh. Juhu, Mr. Partypilz. Kanz. Oh, ich hab nichts getroffen. So, jetzt aber. Okay, nice. Es muss Ihnen doch irgendwas geben, mit dem ich Phantom erreiche? Da gibt's noch Kisten. Dankeschön. Zeig mir hier hoch. Ja, ja, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Zack. Äh, und nun? Hier. Danke. Oh, ah, das war kein Aufzug. Haha, ich dachte, das wäre... Uh, da ist ein Rekarium. Doppelsprung. Äh, wo ist er lang? Da ist er lang. Au, das sind... Kommt nur her. Kommt nur her. Kommt nur her. Oh. Boom, boom. Ach, das ist so befriedigend. Haha, wenn die sich so verlegen, diese Waffen, das macht so Bock. Oh, doch. Oh, hinter mir war einer. Oh, verdammt. Nicht nur einer. Ja. Wo ist dein Partypilz? Wo ist dein Partypilz? Huh. Okay. Ich glaube, ich bin safe. Da sind noch Kisten. Dankeschön. Komm, Mr. Partypilz. Wir suchen das Phantom. Volt einsammeln. Servus. Was ist jetzt? Okay. Okay. Okay, Neuling. Versuch deinen Phantom-Sprint. Phantom-Sprint. Uh, yes. Oh, yes. Das ist der Dash quasi, oder? Jeeha. Kann ich auch nicht sowas? Yes. Okay, nice. Okay, Phantom-Sprint. Das ist quasi ein Dash. Das ist gar nicht schlecht, würde ich sagen. Hauen wir hier mal drauf. Springen und Phantom-Sprint. Der Handschuh macht den Reis. Springen und Phantom-Sprint. Uh. Keine Angst. Nutz den Handschuh, um über die Platten zu rennen. Okay. Willst du noch weiter kommen? Springen und Phantom-Sprint. Springen und Phantom-Sprint. Wow. Das war aber ganz so knapp. Ich brauche ein flotten Raumschiff, um einen Freund zu finden. Du sollst dich da auskennen. Hier ist es nicht sicher. Bleib bei mir. Hier ist es nicht sicher. Na dann. Springen und Phantom-Sprint. Uh. Raritarium. Zack. Was ist denn jetzt mit dem flotten Raumschiff? Ah. Lombaxe. Du bist genauso stur wie sie. Warte. Du kennst den an der Lombaxe? Wo ist sie hin? Ah, okay. Sargasso. Nach einer Mission geht sie immer dorthin. Sargasso. Das ist dann wahrscheinlich der zweite Planet. Hochhausdächer. Ja. Machen wir einen Deal. Siehst du das Luftschiff? Ja. Du hilfst mir, es zu übernehmen. Ich helfe dir in den Nefarius-Turm rein. Das ist der einzige Ort in der Stadt, wo du ein Flottenraumschiff findest. Was hast du mit dem Luftschiff vor? Komm einfach auf dieses Dach rauf. Ich hole meine Sachen. Okay. Hä? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Zack. Oh, da ist ein Spalt. Hey. Boom. Das Ding ist wie eine Shotgun. Das Ding rasiert auch richtig, richtig gut. Springen unter Phantomsprint. Sorry. Das hat sich jetzt eingeprägt bei mir. So. Dann gehen wir hier hoch. Oh. Hätte ich mal lieber Phantomsprint gemacht, ne? Hopp. Ah. Nach dem Ding geht kein Doppelsprung. Okay. Oh. Oh. Da sind welche. So. Boom. Bowls. Ist hier sonst nix? Ne. Geht's hier hoch. Alter. Stufenaufstieg. Aber zu Recht. Okay. Dann hier rüber. Oh. Oh. Dann hier rüber. Okay. Oh. Mrs. Socon. Hi. Solltest du mit dem Raditanium in deinen Taschen dein Arsenal etwas aufrüsten. Ja. Aber hallo. Ah. Jetzt können wir. Okay. Jetzt können wir upgraden. Tutorial. Okay. Bin da zu L. Okay. Halte gedrückt. Aha. Das machst du gut. Goldzelle zu markieren. Kaufe alle Aufrüstungen, die mit einem Goldzelle aufgerunden sind. Deine Aufrüstung aufzurüsten ist nicht schwer, wenn du genug Raditanium hast. Okay. Also ich muss das genau. Das erinnere ich mich. Ich muss das umrunden quasi und dann kriege ich den extra Bonus. Schnellfeuerschüsse sind präzise. Okay. Nice. Okay. Wir machen auf jeden Fall Mr. Pilz. Damit ist das Tutorial beendet. Was macht denn das hier? Der Gegner, den Mr. Partypilz angreift, konzentriert sich mit höherer Schein. Das ist sehr gut. Weil dann ist der im Grunde einfach auch noch eine Ablenkung. Nicht nur, dass er Schaden macht, sondern der macht Ablenkung. Und was umrunden wir hier jetzt? Giftsporenmolke auf jeden Fall. Schießt schneller. Boom. Der Anblicke fällt mir sehr. Nice. Okay. Okay. Zu 22% jetzt komplett. Das ist cool. Das würde ich sagen. Das können wir noch upgraden. Vollstrecker. Na, den Blaster vielleicht. Den benutze ich am meisten. Erhöht Munitionslimit. Munitionslimit. Und was gibt es hier? Aufgenommene Munition. Ach, was wäre das andere? Kopftreffer. Oh, das ist natürlich auch stark. Ein Raritarium fehlt. Na gut. Danke für die Hilfe, Geheimagenten. Zu viel Glück da oben. Und Mist. Oh. 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 Was? Okay. Das sieht aus wie KMHBH, ey. 5000 ist natürlich eine Ansage. Das habe ich natürlich nicht für dabei. Munition ist voll. Okay. Dann geht es weiter. Dann geht es hier auch, würde ich sagen. Na? Du hast es geschafft. Beeindruckend. Hey, du kannst mich sehen? Wo bist du? Ist mein Raumschiff fertig? Das wird schon keine Sorge. Du musst mir nur noch bei einer letzten Bedrohung helfen. Ja, ja. Immer muss ich was tun. Wenn du die Soldaten ablenkst, hacke ich Nefarius Propagandaluftschiff und schicke der Staat eine Botschaft. Oh, da ist eine Bar in der Mitte. Das ist ja auch geil. Das ist das Spa. Okay. Das sieht aber nicht so aus, als müsste ich da unbedingt baden dringehen, oder? Soll ich das mal ausprobieren? Das macht bestimmt Schaden. Okay. Moment mal. Da unten sind Gegner. Ich sag mal hallo. Zip. Mr. Partypilz. Weg los. Bürger von Nefarius City. Dies ist die Stimme des Widerstands. Dies ist die Stimme der Wahrheit. Bam. Und die Wahrheit ist, wir müssen reden. Okay. Oh ja. Genau. Ausweichen. Das darf ich nicht vergessen. Die manzende Anzahl Bürger, die die Nase voll hat von deiner diabolischen Tyranale. So. Partypilz. Boom, boom. Oh. Danke. Okay. Der ist einfach der Beste. Guckt mal wie er abgeht. Oh. Endlich sind. Endlich sind Gegner. Oh. Falsche Waffe auf die Distanz. Warum? Ich hab nix. Alles gut. Kommt her. Hopp. was. Wenn wir denn mit euch aufact. Das geht's. Ey 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 ich darüber. Eins guck mal wieRecord. Und dann kam er aus. Nein, ja oder nix. Aber dann bekam ich mal huey. Okay. Ja. Sie sind nicht first. Boah. Nein, ich bin nicht mehr dran. Aua, Aua. Komm hoch. Ja, danke. Aua, Aua. Shotgun. Zack. Okay, das war's noch bestimmt, oder? Nein, oh, nein. Wer macht das da oben schon? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich noch irgendwas machen muss. Ich schieße jetzt mal gar nicht mehr. Der hat alle platt gemacht. Ich sag's doch, der ist overpowered. Ich komme. Okay, nice. Oh, oh. Wer ist das? Glitch? Glitch. Glitch, okay. Alles klar. Ja. Cooler Abgang. Oh. Oh, er hat sich festnehmen lassen. Alles klar. Wie soll ich denn bitte von hier zum Bazar kommen? Geht schon wieder los. Ah, ich merke immer gar nicht, wann der Übergang ist. Wie soll ich denn bitte von hier zum Bazar kommen? Ah, ich hab ne Vermutung, Leute. Ich hab ne Vermutung. Aber, ich würde sagen, ich sammel jetzt hier mal noch kurz mein Zeug ein. Geh an die Bar. Ein Bier bitte. Bitte. Ne? Okay. Okay. Und dann würde ich sagen, werden wir den Bazar in Part Nummer 3 besuchen. Denn wir haben schon wieder gut was erreicht heute. ein Trophäe freigeschalten und hier die komplette Plattform und das Bar freigeräumt. Und ja, sehen uns im nächsten Teil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Channel. Und dann sehen wir uns hier mit noch mehr Rift Apart von Ratchet und Clank. Bis dahin und tschüss.